Zum Thema Binomialgesetz. Zum Binomialgesetz starten wir mit einem klassischen Beispiel, sei eine Urne, die sieben blaue und drei rote Kugeln enthält. Wir nennen den Zug einer blauen Erfolg und den Zug einer roten Misserfolg. Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird man bei fünf unabhängigen Zügen, also mit zurücklegen, dreimal Erfolg haben und demzufolge auch zweimal Misserfolg haben. Zur Darstellung dieser Aufgabe bietet sich natürlich ein Baumdiagramm an. Wir starten. Wir ziehen die erste Kugel. Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden wir einen Erfolg haben? Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird die Kugel eine blaue sein? Hier haben wir sieben günstige Fälle auf insgesamt zehn mögliche Fälle. Also die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben, liegt bei sieben Zehntel und dementsprechend liegt die Wahrscheinlichkeit, einen Misserfolg zu haben, bei drei Zehntel. Wenn wir eine Kugel gezogen haben, dann müssen wir sie wieder zurücklegen, denn hier steht ja fünf unabhängige Züge. Wir ziehen jetzt also mit Zurücklegen fünfmal nacheinander. Insgesamt werden wir dann hier zum Schluss zwei hoch fünf Möglichkeiten haben, das heißt 32 Möglichkeiten. Die Möglichkeiten, die wir so erhalten, sind diese hier. Den Erfolg habe ich hier mit E gekennzeichnet und jedes Mal in blau geschrieben, weil es ja eine blaue Kugel ist. Und dementsprechend habe ich den Misserfolg in Rot geschrieben. Das sind also alle Möglichkeiten, die wir haben. Hier wird jetzt gefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird man bei diesen fünf unabhängigen Zügen dreimal Erfolg haben? Also mit welcher Wahrscheinlichkeit werden wir hier dreimal E und demzufolge auch zweimal M haben? Das sind diese Magenta-gekennzeichneten Möglichkeiten und ich schalte jetzt mal alle anderen weg. Es sind diese Möglichkeiten, bei denen dreimal das E und zweimal das M vorkommt. Wir haben hier vom Start bis zu solch einer Möglichkeit. Eins, zwei, dreimal nach oben und eins, zweimal nach unten. Das gilt für alle diese Möglichkeiten. Schauen wir zum Beispiel hier. Wir haben einmal, zweimal nach unten und dreimal nach oben. Bei dieser Möglichkeit haben wir einmal nach unten, einmal nach oben, ein zweites Mal nach unten und ein zweites Mal und ein drittes Mal nach oben. Also auch hier haben wir dreimal nach oben und zweimal nach unten. Wie viele Möglichkeiten gibt es überhaupt, drei Es und zwei Ms anzuordnen? Das ist selbstverständlich eine Permutation mit Wiederholung von diesen fünf Buchstaben. Es sind insgesamt fünf Buchstaben, einer wiederholt sich dreimal und einer kommt zweimal vor. Also nutzen wir hier die Permutationsformel von fünf Elementen, von denen eins dreimal und das andere zweimal vorkommt. Diese Anzahl Permutationen wird also so berechnet und ergibt zehn. Also sind hier zehn Möglichkeiten aufgelistet. Das kann man ja mal schnell überprüfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Möglichkeiten. Diesen Bruch hier, Fakultät von fünf geteilt durch Fakultät von drei geteilt durch Fakultät von fünf minus drei, der entspricht aber auch der Anzahl Kombinationen von fünf Elementen drei zu drei genommen. Die Wahrscheinlichkeit nach fünf unabhängigen Zügen dreimal Erfolg und also auch zweimal Misserfolg zu haben, rechnet sich also wie folgt. Wir haben so viele Möglichkeiten und jede der Möglichkeiten hat als Wahrscheinlichkeit eins, zwei, dreimal nach oben und eins, zweimal nach unten. Das heißt sieben Zehntel mal sieben Zehntel mal sieben Zehntel. Das macht sieben Zehntel hoch drei mal drei Zehntel mal drei Zehntel. Also drei Zehntel hoch zwei. Und das gilt für jede dieser einzelnen Möglichkeiten. Für jede einzelne Möglichkeit rechnen wir also als Wahrscheinlichkeit sieben Zehntel hoch drei. Sieben Zehntel ist die Wahrscheinlichkeit von einem Erfolg hoch drei, weil wir ja drei Erfolge haben, mal drei Zehntel hoch zwei. Drei Zehntel, das ist die Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg hoch zwei, weil wir zwei Misserfolge haben. Und wie oft rechnen wir solch eine Wahrscheinlichkeit? Ja, zehnmal. Also Kombination von fünf Elementen, drei zu drei genommen, mal. So rechnen wir also die Wahrscheinlichkeit, dreimal Erfolg auf insgesamt fünf Zügen zu haben. Vorsicht, fünf unabhängige Züge. Jetzt brauchen wir das nur noch auszurechnen. Das ist schnell gemacht durch die Kombinationsformel. Und hier rechnen wir einfach diese Potenzen aus und finden so eine Wahrscheinlichkeit von fast 31%. Solch ein Zufallsexperiment, bei dem man die Wahrscheinlichkeit von drei Erfolgen auf insgesamt fünf Versuchen so berechnen kann, kann sofort verallgemeinert werden. Und zwar so. Bei N aufeinander folgenden unabhängigen Zufallsexperimenten mit jeweils zwei möglichen Ausfällen Erfolg E und Misserfolg M berechnet man die Wahrscheinlichkeit K Erfolge und dementsprechend auch N minus K Misserfolge zu erzielen durch folgende Formel. Die Wahrscheinlichkeit, man bezeichnet sie hier mit einem kleinen p, K Erfolge auf insgesamt N Versuchen zu erhalten, berechnen wir durch die Anzahl Permutationen von den N-Elementen, wovon ein sich K mal wiederholt und das andere N minus K mal wiederholt, mal die Wahrscheinlichkeit von einem Erfolg hoch K, mal die Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg hoch N minus K. Diese Permutation mit Wiederholung kann man auch so schreiben, Kombination ohne Wiederholung von N-Elementen K zu K genommen, wenn wir die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges klein p nennen, dann können wir das p hoch K schreiben, und wenn wir die Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg klein q nennen, dann können wir diese Potenz in Form von Q hoch N minus K schreiben. Also bei N aufeinanderfolgenden unabhängigen Zufallsexperimenten mit jeweils zwei Ausfällen, berechnet man die Wahrscheinlichkeit von K Erfolge auf insgesamt N Versuchen so. Und diese Formel nennt man das Binomialgesetz. Jedes Mal, wenn man das Binomialgesetz einsetzen möchte, muss man überprüfen, ob diese N aufeinanderfolgenden Zufallsexperimente wirklich unabhängig voneinander sind und ob es bei jedem Zug wirklich nur zwei Ausfälle gibt, Erfolg oder Misserfolg. Das ist eigentlich jedes Mal der Fall, wenn man nachschaut, ob ein Ereignis sich verwirklicht. Entweder es verwirklicht sich, dann nennt man das eben einen Erfolg, oder es verwirklicht sich nicht, dann ist das eben ein Misserfolg. Noch zwei Bemerkungen zum Binomialgesetz. Erste Bemerkung, der Erfolg ist ein Ereignis, der Misserfolg ist ein weiteres Ereignis und der Schnitt von den beiden, das ist die leere Menge. Denn entweder man hat bei so einem Zug Erfolg oder man hat keinen Erfolg. Man kann nicht beide gleichzeitig haben, deshalb ist der Schnitt leer und durch Kolmogorov 2, diese Eigenschaft, dürfen wir schlussfolgern, dass die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser beiden Ereignisse ganz einfach die Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten ist. Aber Erfolg vereinigt mit Misserfolg, das ist bei solch einem Versuch, der gesamte Ergebnisraum. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Entweder wir haben Erfolg oder wir haben Misserfolg. Die Vereinigung ist also Omega und durch Kolmogorov 1 wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit vom Ergebnisraum 1 ist. Woraus wir also sofort schließen können, dass P plus Q 1 sein muss. Eigentlich ist diese Eigenschaft evident, denn das Q, das ist doch die Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg. Das Ereignis Misserfolg stimmt mit dem Ereignis Nichterfolg überein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis nicht stattfindet, ist durch diese Formel gleich zu 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis wohl stattfindet. Und P von E, das ist klein P. Also ist das evident, dass Q plus P 1 ergibt. Zweite Bemerkung. Wenn man die Summe von K gleich 0 bis N dieser Wahrscheinlichkeit berechnet, dann berechnet man doch, die Wahrscheinlichkeit, 0 Erfolge zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit, einen Erfolg zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit, zwei Erfolge zu haben, plus und immer so weiter, bis zuletzt die Wahrscheinlichkeit, N Erfolge zu haben. Und da haben wir dann doch alle Möglichkeiten einbegriffen. Die Summe der Wahrscheinlichkeit aller möglichen Ausfälle muss selbstverständlich gleich 1 sein. Rechnen wir das nach. Wir rechnen jetzt mal diese Summe, in der wir dieses P von K Erfolge bei N Versuchen ersetzen, durch dieses Produkt vom Binomialgesetz. So, und diese Summe hier, die erinnert doch sehr, sehr stark ans Newton'sche Binom. A plus B hoch N ist ja auch so eine Summe von 0 bis N, von einem Kombinationsfaktor, mal das Produkt von zwei Potenzen. Wenn wir diese Formel hier etwas umschreiben, statt A schreiben wir P, statt B schreiben wir Q und an der Stelle vom Summenindex J schreiben wir K, dann schreibt sich das Newton'sche Binom so. Und wir sehen hier, dass wir ganz genau diese Summe haben. Diese Summe hier ist also nichts anderes, als P plus Q hoch N. So, durch das Newton'sche Binom. Aber P plus Q, das macht doch 1. Also erhalten wir hier 1 hoch N, das heißt 1. Übrigens, es ist genau wegen dieser Eigenschaft hier, dass man dieses Gesetz das Binomialgesetz nennt, weil ja hier das Newton'sche Binom eingesetzt wird. Was ist das denn so ein Konkliniker? Was ist das?